Patrick Gehrig, ich frage direkt die dümmste und ärgerlichste Niederlage, die du je erlebt hast. Ja, es gehört sicher zu denen, zu denen kommen wir es sicher zu erzählen. Es ist sicher blöd gewesen, dass wir wieder einen Vorsprung haben zu verwalten und nicht weiter Hockey gespielt haben. Und von dem war es sicher schlecht gewesen. Ihr könnt 1-0 im Führig, sind dann zwar nicht die besseren Mannschaft, aber ihr könnt den Vorsprung verwalten. Hat man es im zweiten Drittel nicht verpasst, mehr auf den Körper zu spielen, mehr Druck auf den Gegner zu bringen und ihn weniger lassen, den Pöck zu zirkulieren lassen? Ja, sicher. Wir haben aufgehört unsere Beine bewegen und das war sicher ein grosser Punkt, den wir verpassen zu machen. Sicherlich haben wir auch viel zu viel Strafe genommen. Im zweiten Drittel mussten wir Boxplay spielen und das kann natürlich zum Verängnis werden. Neben dem, dass er nicht wirklich clever gespielt hat, ist er auch noch eine unglückliche Schirientscheidung, oder mehrere unglückliche Schirientscheidungen bekommen. Belastet das zusätzlich als Spieler, wenn man da die ganze Zeit noch, neben dem, dass man schon selber dumme Strafen kassiert, auch noch immer auf die Strafbank schaut, weil er ein anderes Gefühl hätte, dass er etwas pfeifen müsste. Ja, sicherlich sind die Schirientscheide fraglich, aber ich meine, was möchtest, wir können da nicht beeinflussen, wir können da nicht ändern. Und wir müssen einfach clever spielen, damit wir ihm nicht die Chance geben, ob überhaupt Strafe zu pfeifen können. Jetzt ist Matthias Seger recht durchgehalten in der Garderobe. Man muss kein grosser Chef-Expert sein, um zu sagen, beim 3-1 braucht es ein grosses Wunder, um die Serie nach dieser Saison noch zu kehren. Gibst du dir recht oder wo liegen deine Hoffnungen für den nächsten und vielleicht für den kommenden Match auch noch? Nein, ich meine, wir sind jetzt in Klote immer relativ knapp dran gewesen und wenn wir eine gute Leistung zeigen, wie das letzte Mal hier im Hallenstadion, dann können wir sicher in Klote den Sieg holen und ich denke, wenn wir den Sieg haben, können wir mit sehr viel Selbstvertrauen zurück in die Halle, hoffentlich wieder voll. Und dann werden wir wieder auf die Klote gehen. Ich denke, es ist eine Serie, Best-of-Seven, es ist immer alles offen. Und die Vornamen gehört, sie haben schon gejubelt und so. Ich denke, die Manager mehr oder weniger ist es fertig und von daher leidet das sicher unsere Chance. Ich hoffe, mich darf du am nächsten Dienstag nicht zum letzten Mal unterstützen. Danke für einmal, Patrick Gehring. Lukas Flühler, für dich eigentlich eine komische Serie. Du spielst erstmals als Nummer 1 in den Playoffs. Du spielst eine super Serie und trotzdem sind wir jetzt 3-1 hinten. Was bedeutet dir wahrscheinlich das 3-1 hinten, oder? Ja, sicher. Ich meine, das schiesst uns alle ein bisschen an, wortwörtlich gesagt, weil schlussendlich ist es immer knapp gewesen. Wir haben gewusst, dass die Serie knapp wird, aber wir haben sicher gehofft, dass es 1-2 mal mehr auf unsere Seite kippt. Heute ist es wieder nicht auf unsere Seite kippt und das 2. Drittel haben wir mit der Straf-Federgie liegen lassen und schlussendlich im 3. Drittel wieder das Spiel verloren. Das ist ärgerlich, aber das lange können wir nicht mehr darüber nachdenken. Wenn wir noch auf die Serie sprechen, kommen wir doch noch mal kurz auf deine Person. Ein wichtiger Entwicklungsschritt, gleich die Playoffs für dich persönlich, oder? Ja, es ist meine erste Playoffs seit langem, seit der Junior Elite. Das ist schon 4-5 Jahre, das ist wieder meine erste Playoff, wo ich anfangen konnte. Und es macht sicher Spass, es ist ein Druck und sogar Klotter. Aber ich habe eine super Unterstützung von der Mannschaft, sie blockieren die Schüsse und alles. Auch die Fans unterstützen mich und das gibt mir natürlich sicher Sicherheit. Richtig, du hast dich das erste Mal in den Playoffs bei den Fans richtig durchgesetzt. Und dein Name wird ab und zu skandiert, auch für dich speziell im Moment, oder? Ja sicher, das höre ich natürlich auch und das habe ich nicht immer so viel gehört. Aber ich kann mich nicht auf das konzentrieren, weil schlussendlich muss ich aufs Spiel konzentrieren. Und es schiesst mich auch an, dass wir 3-1 hinten sind. Schauen wir mal kurz auf die Serie, jetzt 3-1 hinten. Jetzt am Dienstag gegen Klotter, theoretisch können wir fertig sein. So Gedanken darf man aber überhaupt nicht haben. Man muss weiterdenken und hoffen, dass es noch besser kommt. Ja sicher, also mein Gedanke ist jetzt ganz klar, dass wenn wir in Klotter gewinnen, dann, wenn wir in Klotter gewinnen ein paar Mal schauen. Vielen Dank.